Heute ist doch der wichtigste Tag deines Lebens. Und ich dachte, das wäre mein Hochzeitstag. Nein, Schätzchen, das wird der schlimmste Tag deines Lebens. Lucy, das ist ja so. Harvard. Wir werden so wie diese ausgeflippten Schriftsteller-Freaks. Äußerst brillant und düster. Sexy. Wirst du heute mit mir schlafen? Ich warne dich aber vorher. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Das bedeutet, sag nicht, ich hätte dich vorher nicht gewarnt. Der College-Preis des Jahres 1985 geht an Elisabeth Wurzel. Diesen Augenblick möchte ich festhalten. Für immer. Vielen Dank. Wenn Sie eine Therapie vorschlagen wollen, lieber nicht. Damit haben Sie bei mir keinen Erfolg. Bei Hemingway gibt es diesen klassischen Augenblick in Fiesta, wo jemand Mike Campbell fragt, wie er denn pleite gegangen sei. Er antwortet darauf nur so nach und nach und dann ganz abrupt. Eines Morgens wacht man auf und fürchtet sich vor dem Leben. Ich nenne diesen Laden das Crackhaus, wo ich mir meine Drogen besorge. Dr. Sterling ist mein Diener. Alle Ärzte scheinen mit diesem Zeug zu dealen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir alle in einer Pro-Signation leben. Ich werde das Gefühl, dass wir nicht weh haben. Ich werde das Gefühl, dass wir alle in einer Pro-Signation glatt haben. In der Zukunft sind wir nicht viel mehr undtertäglich ab. Dann können Sie nicht mehr, dass wir alle in Drogen sein sind. Vielen Dank.